Templin in der Uckermark. In dem beschaulichen Städtchen nördlich von Berlin hat Angela Merkel ihre Kindheit verbracht. In diesem Haus ist sie aufgewachsen. Hier hat die langjährige Bundeskanzlerin die Schulbank gedrückt. Und wenn sie mal wieder in ihrer Heimatstadt vorbeischaut, dann macht hier niemand groß aufhebens darum. Die ist eine von uns hier auf jeden Fall. Also wenn sie hier ist, ist sie ganz natürlich, wie wir alle auch. Unaufhängig. Ja, unaufhängig. Wenn sie hier zum Beispiel in Rossmann geht einkaufen, beachtet kaum einer. Sie ist ja auch oft, ich sag mal, inkognito hier, dass das keiner weiß und bewegt sich ganz dumm. 1954 in Hamburg geboren, verbrachte Merkel von 1957 bis 1973 ihre Kindheit und Jugend in Templin. Hier machte sie 1973 auch ihr Abitur. Kürzlich hat die Kanzlerin ihre Heimatstadt besucht und eine Art Treuebekenntnis abgelegt. Ich bin ja hier aufgewachsen von 1957 bis zum Abitur und weiß auch, wovon ich rede. Aber ich will doch mal daran erinnern, bei aller staatlicher Beformung und Unfreiheit, die wir hatten, habe ich viele, viele gute Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend hier in Templin. Und natürlich ganz besonders, das liegt in der Natur der Sache an dem Waldhof. Und es wird immer so bleiben, hier komme ich her, hier sind meine Wurzeln und sie werden hier auch immer sein. In Zukunft könnte die scheidende Regierungschefin öfter in den Straßen von Templin zu sehen sein, dann als Privatfrau und Ehrenbürgerin und nicht mehr als Politikerin, die von der großen Weltbühne mal eben einen kurzen Abstecher in die Uckermark macht.